Kino Berlino präsentiert Kurzfilme auf alex.tv Was hat es mit dem Kabel auf sich? Ralf Höckelt zeigt es uns in seinem neuen Film. Fühlt ihr euch auch manchmal unsichtbar? In Dave Lujek's An Unseen Birthday könnt ihr das nachvollziehen. Andrew McCarger hat sich dem Thema von Künstlern und Musen angenommen. Alexander freut sich, wenn ihr seinen Film Matching über das Thema Einsamkeit und Partnerschaft in der Großstadt anschaut. Keitan Honig hat einen persönlichen Roboter erstellt und kann ihn fernsteuern. Eingefrorene Künstler umkreist Maxim mit seiner Kamera in Cabaret Freeze. Eingefroene Künstler